Wenn du dich gerade in einer schwierigen Lebensphase findest, möchte ich dir mit diesem Video bzw. Podcast ein wenig Mut machen und dir die Hoffnung geben, dass es besser werden wird. Aktuell werden Lichtcodes von der Sonne verstärkt Richtung Erde gesendet, die etwas in uns aktivieren und unter anderem unsere Schattenthemen hervorholen. Das heißt, wenn du spürst, dass du gerade in Situationen bist, die vielleicht ausweglos aussehen, denen du dich eventuell ohnmächtig ausgeliefert fühlst oder auch anderes, sei dir gewiss, nichts bleibt für immer. Alles hat irgendwann ein Ende, das geht vorbei. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich, wenn ich in einer schmerzhaften Situation bin, etwas in mir mir signalisiert, dass das für immer so bleiben wird. Und das macht mir Angst. Dieses sich Sorgen machen und Zweifel haben und total verängstigt sein, dürfen wir sein, natürlich, das kommt auch mal hoch. Aber mach dir immer wieder bewusst, dass du nicht alleine auf diesem Planeten bist, dass die göttliche Liebe, die dich hierher gebracht hat, immer, immer bei dir ist, dich immer fühlt und immer deine Gebete hört. Wenn ich selber nicht weiter weiß, ist die einzigste Quelle, wo ich immer hingehe, die göttliche Liebe, die, mit der ich rede, weil ich weiß, dass diese göttliche Liebe fühlt, was ich fühle. Und bitte um Erleichterung. Bitte darum, dass es mir immer leichter fällt, mit meinen Gefühlen verbunden zu sein. Da ich jetzt auch von meiner Ausbildung zum Thema Nervensystem immer mehr lerne, wie wichtig es ist, dass ich mit meinen Gefühlen verbunden bin. Also verbunden in dem Sinne, dass ich eine gute Freundin für meine Gefühle bin. Dass gerade die schmerzhaften Gefühle, dass ich sie nicht wegdrücke. Ob ich mich ohnmächtig fühle, ob ich mich ausgeliefert fühle, ob ich mich ungerecht behandelt fühle, wütend bin. Dass genau diese Gefühle von mir umarmt werden wollen, weil auch da ganz viele Schattenthemen aktuell bei mir hochkommen. Aus der Nervensystemsicht ist es unheimlich wertvoll, wenn wir lernen, mit unseren Gefühlen zu bleiben. Wenn wir sie in unserem Körper wahrnehmen. Weil das in unserem Körper Sicherheit signalisiert. Und wenn unser Nervensystem sich reguliert und wir Sicherheit empfinden, löst sich etwas, also wir bestehen ja aus ganz vielen kleinen Teilchen, aus ganz, ganz vielen kleinen, aus Energie. Und diese Energie verändert sich, wenn wir uns auch verändern, indem wir zum Beispiel Sicherheit empfinden. Es gibt ein Buch, das werde ich hier unten verlinken. Da geht es so ein bisschen mehr darum, wie man in seinem Leben weiterkommt. Und unter anderem ging es darum, um den Teufel. Also ich glaube nicht an diese ganzen Sachen mit Teufel und Himmel und Hölle. Das ist jetzt nicht so meine Sichtweise. Aber ich denke, wir haben Anteile in uns. Und in dem Buch wird beschrieben, Sorgen, Ängste, Zweifel ist einfach nur ein Zeichen, dass wir nicht mehr an die göttliche Kraft glauben und eher dem Teufel mehr Energie geben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den genauen Wortlaut. Wie gesagt, ich glaube nicht an das Konzept, dass es einen Teufel gibt, der mich irgendwie versucht zu verführen und dass ich bestraft werde und Hölle und so. Sondern ich glaube eher daran, dass wir innere Anteile haben, dass die göttliche Liebe immer wieder bei mir ist. Und manchmal siegt einfach das Negative und dann ist man halt einfach verzweifelt und hat Sorgen. Das darf sein. Nur dürfen wir uns selbst manchmal da rausziehen. Und selber rausziehen können wir, indem wir uns selbst mehr Sicherheit vermitteln. Und mehr Sicherheit vermitteln können wir durch Kleinigkeiten. Im vorigen Video, was ich die Woche hochgeladen habe, habe ich erklärt, wie wir durch kleine Schritte uns selbst Sicherheit vermitteln. Und das werde ich euch unten nochmal verlinken. Mit diesem Video möchte ich dir sagen, Sicherheit kannst du unter anderem dir auch selber vermitteln, wenn du mit dir selbst die beste Freundin, dein bester Freund bleibst. Das heißt, kommt etwas Schmerzhaftes hoch, kannst du probieren. Nicht jeder ist in der Lage, aber du kannst es einfach mal probieren, wenn du möchtest, zu sitzen und mal zu fühlen, was da hochkommt. Und wenn das überfordernd ist, dann lass es. Dann bewegt deinen Körper. Dazu hatte ich, glaube ich, auch schon einen Podcast gemacht. Das heißt, du springst rum und es gibt Videos zu Meditationen, wo man halt rumspringt, seinen Körper schüttelt, Töne macht. Ich sage das immer wieder, in den Körper kommen, den Körper fühlen, rausgehen, spazieren, die Arme schütteln, singen, sich auf die Brust klopfen. Ich mache es auch ganz gerne, dass ich mir auf, das hatte ich letztens in der Instagram-Story hochgeladen, ich habe es leider nicht abgespeichert, das habe ich vergessen, wie ich zum Beispiel mich abklopfe. Mit meiner Faust, ganz sanft, meine Arme, meinen Bauch, meine Schenkel, meine Beine, dass ich mich abklopfe, so ein bisschen Energie ins System bringen. Denn gerade dann, an Tagen, wenn es uns besonders schlecht geht, sind wir oft erstarrt im Körper. Wir funktionieren nur, sind aber nicht geschmeidig. Und unser Körper möchte geschmeidig sein. Ich interessiere mich aktuell sehr für das Thema Weiblichkeit. Und ich lerne gerade, immer mehr mit meinem Körper verbunden zu sein, indem ich mit meiner Gebärmutter spreche. Ich weiß, einige verdrehen die Augen, will die jetzt mit ihrer Gebärmutter sprechen? Ja! Und ich bekomme Antworten. Und die Antwort, die ich immer wieder bekomme, wenn ich frage, was kann ich denn jetzt tun? Weil die Gebärmutter ist der Landeplatz für die Seelen, ist so heilig. Jetzt überlegt mal, die Frau, wie heilig sie ist und wie viele, ja, da gibt es so viele Themen, über die ich gerne sprechen würde, ich bleibe aber erst damit. Unsere Gebärmutter ist sehr heilig. Wir alle sind heilig, ja, ob Mann oder Frau. Unser Körper ist heilig. Und wenn wir uns immer mehr mit ihm verbinden, bekommen wir auch immer mehr Antworten. Die Antwort, die ich immer wieder bekomme, ist, werde weich. Samar, werde weich. Und dann spüre ich wirklich, wie verhärtet ich im Alltag manchmal bin, weil ich einfach nur funktioniere, viel auch in der männlichen Energie bin am Schaffen und Erledigen und Tun und Organisieren und wenig eben weich werden. Und weich werden bedeutet auch, also nicht nur sich entspannen, auch den Körper geschmeidig bewegen. Selbstmassagen, also ich habe zur Zeit aktuell nicht viel Zeit, zur Massagen zu gehen. Die Zeit wird bald wieder kommen. Aber es gibt verschiedene Tools, wie man sich selbst massieren kann. Zum Beispiel hier den Nacken. Ich werde euch unten was verlinken, das benutze ich aktuell. Und es hilft mir so sehr, meine Nacken zu lockern, weil er gerade sehr verspannt ist. Aufgrund auch meiner aktuellen Themen, die mich oft drab halten, sozusagen. Und umso weicher, umso weicher wir werden, desto mehr fließen auch Emotionen. Weil die Emotionen sind gespeichert in unseren Fazien, in unserem Körper, also wirklich in unserem Körper drin. Und umso weicher wir werden, desto besser können unsere Emotionen auch fließen. Das heißt, es bringt nichts, einfach nur ich fühle und sitze und fühle. Ja, schon bringt auch. Aber unterstützend können wir unseren Körper massieren, unseren Körper entspannen und gucken, was tut mir gut, dass mein Körper komplett entspannen kann. Das unterstützt auch nochmal die Emotionen zum Fließen zu bringen. Ihr seht, das ist ein etwas komplexes Thema, wenn es uns schlecht geht, wenn es einem nicht wirklich gut geht, aufgrund von Themen, die einen gerade belasten. Reicht es nicht, nur Affirmationen zu sagen und positiv zu sein. Oft ist es manchmal sogar kontraproduktiv, weil sich die negativen Gefühle noch mehr festsetzen in unserem Körper, weil sie sind in unserem Körper. Wenn du magst, tanze mit deinem Gefühl. Hast du das Gefühl der Traurigkeit, tanze mit der Traurigkeit. Hast du das Gefühl der Wut, dann sei dankbar, dass die heilige Wut gerade durch dich fließen möchte. Sie hat dich auserwählt, dass sie durch deinen wertvollen Körper gerade fließen möchte. Dann tanze mit der Wut und frage sie, was sie braucht. Das kann helfen, dein Thema so ein Stück weit zu erleichtern. Wenn dir diese Podcasts gefallen, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, schreib mir unten dein Thema rein, dann werde ich im nächsten Podcast darauf eingehen. Ich werde dir jetzt mein Bestes geben, dass es jede Woche mindestens einen Podcast gibt, da ich aktuell nicht so oft zum Filmen komme. Und so werdet ihr regelmäßig weiterhin mit Inspiration und Motivation versorgt. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.